Wir fahren jetzt gleich zusammen mit der Polizei los nach Hamburg. Wir fahren hier am Tempzentrum vorbei, von runter bis zur Ampel, direkt um Eisenbrücker Thorsstraße nochmal. Inzwischen sind wir in Meckelfeld und zwei Gruppen sind noch dazu gekommen. Es sind jetzt ungefähr schätzungsweise 150 Leute. Ja, es geht weiter. Wir fahrenBig und wir fahren in Meckelfeld. Wir fahren jetzt einen Tag, oder bis eine Zeit, oder bis eine Zeit. Das ist alles, was wir heute Abend haben. Wir fahren auf Hohenzollbrett an. Das ist alles, was wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020